Ich hab übrigens die falsche Klasse gepickt. Aber hey. Magier ist doch auch nice. Magier? Magier? Aber du sagst Klasse. Welche Klasse willst du denn? Aber ich spüre... Ich hab auch das Beischt, oder? Ich will nur Nekromanden spielen. Klippe sieht schon aus wie so ein untoter Zauberer. Klippe ist tätowiert am ganzen Körper. Aber ich hab niemals einen Mojo in der Hand, sondern nur eine Bierflasche. Mit viel Fantasie funktioniert das. Die schönste Klasse finde ich ist immer noch... Hallo, hier bin ich. Ich hab den Platz hier gebiet. Oh, jetzt Vorsicht bitte. Oh Gott, nicht sterben hier in der Rampe. Ich hab's gerade auch gesagt. Wieso? Guck mal rum. Wieso nie so. Ey, schnell, schnell. David ist oben. Alles ist safe. Mach auf, David. Ist ja in deine Mitte reingegangen. Also nicht so ganz. Okay, David, jetzt bist du da rein. Hi guys, how are you doing? I'm Dave vom ADP. Okay, hier sieht's gut aus. Ja. Ich mach hier ein bisschen VSC. Hinten links oder hinten rechts? Ne, ne, war ein Scherz, war ein Scherz. Ich hab einfach nur reingeschossen. Ach, war ein Scherz, alles klar. Ein soziales Experiment. Ich hab einen Scherz, hab einen Scherz, hab einen Scherz. Wow, wie hast du das gemacht? Durch die Scheiben geschossen? Ich hab durch die Scheiben geschossen. David? Ist gut, dass das Schild hinten ist, alles klar. Komm mal. Fahrt, ich hab eine Ecke. Also weg, weg hier. Miau. What up guys? I'm Dave. Moment, äh, unten durch, Daniel. Was meinst du? Hier, du, deine Füße gucken unten durch. Oh, ach so. Jetzt, du die MT, äh. Ich werd mal hier vorfahren. Könnt ihr vielleicht so stehen, falls jemand den Tropf wascht? Ist das Lugged Schult eigentlich, oder wo war das? Ah, das ist ja irgendwo oben, ne? In der Mitte ist es das Ding. Für uns sieht's sauber aus. Ich guck mal mit. Komm mal zu euch. David, hier, ab hier wird's gefährlich. Bleib mal stehen, David. Nicht bewegen. Beweg mich nicht. Okay. Wollen wir was dann kaputt machen. Hab ich mir gedacht, ja. So, und jetzt fahr ich vor mit dem Ding hier. Warte, warte, warte. Komm mal. Hier ist direkt ein Schild und ne Matratze. Da ist ne Matratze, hinter der Matratze steht, rechte Seite. Und da ist ein Schild mit dem Raum. Da kann ich leider nichts viel zu sagen. Okay. Nieso, guck mal bitte vor nach oben. Treppenhaus nach oben. Ja, Matratze hat Laser. Ja. Warte mal. Down, Matratze. Warte. Sagt mir den mal, wenn ihr weiter geht, weil ich guck die ganze Zeit nach hinten. Okay. Alles klar. Ne, hinter der Matratze ist noch einer. C4. Oh, alles gut. Wow. Alles gut. Rechtsseite. Genau. Tür, 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 Tür. Oh, David. Warum bist du nicht oben gestraft? Ah, ich verkeh das. Oben. Oben hab ich. Good job. Einer ist im Gang und einer hinter der Matratze. Der Matratze hat nicht so weit nach vorne laufen, sonst kann ich nicht reinschießen. Jetzt kann ich zum Beispiel nicht mehr dran vorbeischießen. Okay. Jetzt? So, ja. Hab ihn. What? Jetzt noch einer hinter der Matratze. Ich hab leider keine... Matratze ist aber gut low. Ihr könnt ihr bangen. Oh mein Gott, er gibt mir einen Headshot. Bang, bang ihn. Der ist nach links drüber gelaufen. Linken Seite von der Matratze. Genau links. Kannst ihn so nicht treffen. Der liegt dahinter. Der muss tief zielen, wenn er schiebt. Oh. Genau da. Stopp, da ist noch einer. Da ist noch einer, noch einer, noch einer. Seite, rechte, rechte Seite. Rechts unten, rechts unten, rechts unten. Oh Gott, du Monster. Party. Okay, okay, ich mette. Zehn, da kommt gleich. Mühäcker, Mühäcker. War total eindeutig. Ich fand, Dave hat einen guten Job gemacht. Stand wie ein Berg. Ja. Haben wir in die Hosen gekackt. Um noch standenfester zu sein. Ich dachte übrigens, das wäre überhaupt anders gewesen. als er gemacht wurde. Er stand wirklich mitten im Gang, ne? Er stand mitten in der Tür, ja. Egal. Gut Job, Dave. Du bist der beste. Cargo hold, ja. Luggage. Ah, classic. Max, das ist minimal eskaliert hier. Ey, es gibt nichts schlimmeres, als wenn du mitten in so einem Scheißflur stehst und hast nur so ein kacken Schild vor dir. Und die ganze Zeit schlagen Google in dich ein. Das ist grausam. Aber wenn das Ding ausgefahren ist, ist es fast unstoppable. Hat das Schild eigentlich auch so eine GoPro Halterung? Ja. So richtig gute Einsätze. Das Lustigste ist, ich hatte mal nen fiesen Bug, da war das Schildfenster einfach komplett schwarz und ich habe nichts gesehen. Dieser Tintenfisch-Bug, ja. Den haben sie ja Gott sei Dank rausgenommen. Ich hatte das Glück nur einmal. Ist mega angenehm, wenn das Schild spielt. Herr Klumpel, komm mal an der Pumpe kurz. Ich muss dir was zeigen. Okay. Woll ich noch einer auf der Seite hier raus? Wo möchtest du ein Löcher haben? Wo musst du zu mir kommen? Guck mal hier. Da ist ne Wanne hier. Die da, schieß mal da durch. Da ist ein Secret-Gun hinter. Ja, der Geheim-Gun. What? Ja. Schieß mal da durch und dann bin ich ein Frostball da hinten. Der Tintenfisch-Bug kam zustande, wenn einer Montagnier gespielt hat und das Schild kaputt geschossen wurde. Und der ihn dann als nächstes gepickt hatte, der hat dann an den Bug. So, ich mach Komma noch zu euch. Hallo. Ich kenn den Gang gar nicht, was keinen für dahin führt. Oh nein. Direkt an dem Ausgang außen und dann links. Ah. Ich hab keiner an wo. Also, wenn ihr hier gerade ausseht, sind dort links und rechts jeweils ne Tür. Ja, ich glaub schon. Also, man kommt zumindest direkt von draußen quasi rein, ne? Wo ist denn was denn jetzt? Hier sind die Eingänge im Blick, ne? Ich hab die oben. Anders, direkt an der Tür. Hüppel. Was? Hinter dir. Oh, shit, Granate! Gibt immer noch jemand da? Ne, ich guck oben durch das Loch von der Eucenade. Ich glaub nicht, dass ich da nochmal zeigen werd. Oh, sorry. Ich glaub da kommt gleich noch einer. Falsche Tasten hier. Das ist einfach kein CSGO, das klingt mir nicht so. Ja. Ähm. Okay, schön mit den Faden, Preuss. Ich wär nicht mal wegblicken. Hörding new magazine! Jetzt ist einer da. Okay. Er muss auf jeden Fall noch auf der rechten Seite, er muss noch an der Tür sein, er ist nach rechts durchgegangen. Die Fusen hinten durch bei mir, die sind zu viel gegangen. Der Geheimgang ist auf. Oh fuck 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 fuck. Ich gucke, pick einfach und pick, schnell rein. Ist was? Ich hab grad nix gesehen, ja doch, da ist was. Da sind zwei oder so sogar. Lass die ruhig vorkommen, ich hab noch C4. Wie weit ist denn der schon? Der ist ganz hinten durch noch. Oh, ich hab ihn angestroffen, angehittet. Wir haben hier auch einen Baum gefunden. Was war das? Deine ist down. C4 von der Decke, glaube ich. Durch das er erwischt hat. Ich lieg hier an sich noch ganz gut. Ich bin da. Schlippel hast du? Ja, ja. Au. Dankeschön. Die schießen oben durch die Decke einfach. Ah, keine Ahnung, irgendwas trifft mich, ich weiß aber nicht wo. Ich glaube über dir ist es noch. Irgendwo. Okay. Einer ist an der Tür, angeschossen, ist down. Nice, da ist noch einer. Er ist noch einer. Oh fuck, da ist noch einer, der piekt. Close. Der ist low aber, u-low. Einer ist down, den hab ich. Jawoll, nice. Da sind noch zwei sogar, äh, Daniel. Genau in der Position waren zwei, noch einer. Zur Not, Daniel, lass die kommen, weil der Knüppel steht ja bereit mit der Pumpe. Guck ich nach oben. Genau, gute Idee. Oben ist nämlich auch definitiv einer. Granate kommt durch, ist aber ihr. Knüppel, orientier dich mal, ob du das Loch findest. Nicht das, weißt du? Also es ist kein Loch, es sind nur so, ja so, Lücken. Ja. Oh, da war einer, ich hab ihn sogar getroffen. Ja, ich hab ihn sogar getroffen. Kommt durch den Gang, durch den Gang, Daniel. Wo du gerade die ganze Zeit reingeimt hast mit der Kuhl-Tür. Hab ihn injured, der liegt am Boden. Ja, da liegt noch einer, hinten links, hinten links, ganz hinten links. Knüppel, geh durch den Geheimgang raus. Genau da und jetzt einfach rechts rum. Boah, der war krass. Der letzte von hinten, die Treppe runter, die Treppe runter. Ah, okay, da war mal. Nice, Mann. Ah, geil. So, war mal. Zeit gesperrt. Nice. Ich hab den letzten noch gesehen. Andersrum. Das ist auf anderen Seite. Ich hab alle so Assists gemacht hier die ganze Zeit. Das reicht. Das war super, Alter. Wie immer war ich auf der falschen Seite. Ach, stopp. Oh, ne. Nimm Backen. Aber er hat sein Schild gesucht. Ich möchte Glatzi nicht mehr nehmen. Glatzi. Glatzi. Bitte Glatzi. 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 Glatzi, ja. Das ist interessant, dass du das Schild hinter diesem Ding, äh, injured schießen konntest. Du musst ja dann wirklich so quasi mit seinem Gesicht da durchgeguckt haben, anstatt durch das Schild. Mega Banane. Ja. Ja. Wie gesagt, wenn das Schild nicht ausgefahren ist, bist du relativ leichtes Opfer, wenn du Pech hast. Ja, aber warum sollte man durch ein kleines Loch denn nicht sind, ne? Entschuldigung. Danke, tschuldigung. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Okay. Geh weg, böser Mann. Oh nein. Ich bin runtergefallen. Geh mal mit ihrem Cup-Card. Immer. Wenn er mal funktioniert, ist das ein Viech. Und lustig. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das schon Ewigkeiten nicht mehr funktioniert hat, weil sonst lauf ich gleich rein. Ja. Aber das hat schon Ewigkeiten nicht mehr funktioniert. Aber wie oft ich halt in sowas reingelaufen bin, weil ich einfach mega konzentriert war. Als Schildträger passiert es ja sogar noch. Weil du halt nicht nach unten bist. Hi. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Da kommt jetzt weg raus. Ja. Oh ja. Hinten am Heck war das oder? Oh Gott. Schade. Hier, wo ich Granate geworfen habe. Pass auf David, nicht, dass vor dir jemand auftaucht, ne? Warte mal ganz kurz, David. Schmeiß mal ein Ding vor, ja? Wo ist denn der fünfte hier? Da, Knüppel. Kleinen Raum links ist... frei. David? Okay. Pass weiter. Nein, er macht den Tinker gut. Mathe, Mathe, Mathe. David, Mathe. Ich hab's gerade gesehen, ja. Wie viele Leute haben sie wohl noch drin gelassen? Kann ich vor dir rein, Daniel, oder? Äh, ich weiß gar nicht. Achso, ja klar. Wir müssen ein bisschen aufpassen, David. Kamera? Kamera hab ich zerstört. Einer ist hier hinten am Flugzeug. Also, da sind vier Leute da. Wartung, Daniel? Ja, da ist, da ist ein, äh... Hm. Ah, ein Kapka. Ich schieße einfach rot, komm. Hm. Geh leicht raus. Mach mal ein bisschen Terror hier. Woa! Wo oben bei mir ist einer. Ich dachte nicht, dass der da oben ist. Kapka ist am Lurken. Ach, Mensch. Ich dachte nicht, dass seine Füße getroffen werden. Moment, bei mir ist Frost, aber ich hab grad noch einen Franzosen gesehen. Das heißt, hier müssen drei Leute am Lurken sein gerade. Wurde angeschossen übrigens. Ja. In den Füßen. Wie viel hält das Ding aus, Alter? Nein. Richtig viel. Wenn's überhaupt kaputt geht. Das ist halt das Problem. Na doch, es geht schon kaputt, aber es dauert richtig lange. Ja. Scheiße. Ich hab mein ganzes Pistolenarmor unter den Gegend geschossen. Warte, ich hab noch nie gesehen. Andy, so genau geradeaus durch war der. Hier war noch einer, oder? Ja, ja, genau. Der auf der Ebene bei dir. Fuck, Alter. Das ist dumm. Mach' nie wieder. Ja, komm. Ja, komm. Der ist noch hier. Ist er noch da, Andy? Ja, der ist noch da. Der ist weg. Der ist weg. Genau hier. Genau da, wo ich gestorben bin, ist einer. Halbtot. Und zurück. Die Tür ist jetzt übrigens auf, Andy. Ist er? Ja, ich komm. Bisschen gelauert, da war auch direkt einer. Auch stimmt. Ja, stell dich auf. Bleib links. Äh, links unten liegt. Ja, links unten. Er guckt rauf. Down. Wir haben noch irgendwo nen Lurker hinten. Ja. Ich glaub... Hier darf ich dir vor? Rechts, rechts, rechts. Genau, rechts und rechts. Ja. Kommt nach, zieht nach. Geht wieder zurück. Warte, warte, David. Warte. Er kommt, er kommt, er kommt. Er steht vorne jetzt. Jetzt kommt er raus. Nice. Geil. Der Lurker immer noch. Du plant'n Headshot. Kapkan war noch eine Etage über euch irgendwo. Genau, 50%. Pass auf, da ist Kapkan nach und vor dir. Da ist er, oder? Hab' ihn. Das war nicht Kapkan. Das war nicht der Kapkan. Der andere sitzt low. Das heißt, er müssten auch noch hinter uns sein. Kapkan 50% war auch oben, aber er kann ja auch hinten runter gehen. Geh rüber, geh rüber. Ich pass hinter uns auf. 30 Sekunden. Sorry, David. NP. Hast du mich nichts getötet? Nice. Schön Daniel. Nein, David. Ey. David ist halt irgendwie da so reingeflitzt. Guck da! Siehst du? Das sah so aus, als wenn ich über den Schild war. Und dann hab' ich David nen Headshot gegeben. Kann ich sagen, aber das ist schon ne Fluss vorgekommen. Hast du wenigstens getötet? Das war das Schlimmste in dem Moment. Als ich mich noch nicht getötet hatte. Hab' ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Sanja will halt so die Tür eintreten, ja? Aber leider warst du jetzt die Tür. So schön durchgeschossen. Ich verstehe das falsch. Ich dachte, ich kletter da drüber und hab halt noch ein bisschen Airtime über dem Ding. So und kann schießen. Jetzt, also ganz ehrlich. So viel Credits wollen wir jetzt Ubisoft nicht geben. Nein. Nein. Und über das Schild klettern kann. Über den Schildträger. So von hinten auf die Schulter. Boah, das wär geil. Das wär gut, ey. Dann sitzen sie auf seinen Schultern so. David! Extended! Das wär cool, wenn man so ein Schild-Tower bauen könnte. Weißt du? Dann nimmt man noch Blitz oben drauf. Ja? Mega cool. Das ist ein Blitzer. Fuck, Alter. Da steht auch noch Polizei drauf. Und die Deutschen, die rüber rutsch helfen. Oh, ich komm hier schon rein. Oh Gott, ey. In Sekundenlage. Wieso? Unter deinen Füßen. Oh, Alter. Jetzt ist es euer Problem. Oh, jetzt ist er wieder hier. Ich hasse. Wieso so funktioniert er, wenn ich in dem Spiel? Ja. Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Sehr gut. Der Daniel hier. Bolz. Bolzi, mate. Bolzen. Von Bolzen-Town. Schild. Okay, er hat das Knowledge, oder? Das Schild hat aber einen Hit. Der kommt vorne rein. Oh, was machst du eigentlich hier? David? Das ist meine Ecke jetzt. Oh, ich hab ja immer noch ein Schild, was ich aufbauen muss. Oh, ich hab ja immer noch ein Schild, was ich aufbauen muss. Oh, fuck. Ist ja schon hier. Die wohnen vorne beim Cockpit rein. Wow, fuck, ich bin down. Ey, der hat mich durch die Wanderung gebracht. Oh, shit. Oh, shit. Schnell. Flüchte. Hab ihn. Oh, danke. David, lass mich noch ein bisschen krabbeln. Was? Lass mich krabbeln. Bist du downed damit? Nein. Achso. Hätt's mir auch nicht mehr krabbeln. Lass mich noch ein bisschen in dem Moment. Komm beim Cockpit rein. Okay. Wenn du mir helfst. Nicht alle. Ja, aber nicht alle das. Nein, nein, nein. Sass ja nur. Einer ist hier bei mir grad. Ich weiß nicht, warum er grad abgebrochen hat. Achso. Ne, nevermind. Es war nicht schlimm, David. Du hast den ganzen Boden träglich gemacht. Überall ist dein Blut. Das tut mir aber leid. Ich hab einen Shotgun abbekommen. Ich will immer hoffen. Das bezahlst du, ne? Schon klar. Hier ist Ash. Bei mir kommt das Schild. Ja, hab sie gefunden. Oben? Meinst du? Da du? Oder wo? Auf der richtigen Ebene schon. Brauchst du irgendwie Hilfe? Nee, noch nicht. Bis jetzt. Du bist ja irgendwie oben. Meinst du, ich kann da runter? Ja, hier müsste noch gehen, aber hier sind sie dann auch schon. Okay. Du hast hier... Ah, fuck. Ähm, Ash hab ich da unten jetzt ein Loch gesehen. Die ist da vorbei gerannt. Hast du auch auf die geschossen gehabt, oder? Äh, einmal hab ich geschossen. Ob sie das mitbekommen hat, weiß ich nicht. Hild. Doch, hat sie mitbekommen. Jetzt hab ich sie mitbekommen. David, warte kurz. Ganz hinten durch. Es ist Montanage. Sie schießen immer noch auf mich. Die rennt jetzt weg nach links. Ist rausgerannt? Könnte rausgerannt sein, ja. Nein, ich bin am Boden, aber ich hab beide so low geschossen. Verdammt, Mann. Ich komm, David, helf. Termite und Schild ist des Todes low. Äh... Die ist abgehauen irgendwie. Ja, sie kann oben wieder reingegangen sein. Sie wird oben reingegangen sein. Okay, ich guck um. Ich guck um. Ganz runterfällst du tot. Okay, dann hab ich unten die linke Tür, weil sonst müsste sie ja nochmal die Leiter runtergeklettert sein. David, wenn du ins Cockpit vorne reingehst, kannst du da runter springen. Und dann siehst du schon, wo ich durchgeballert habe, wie ein Verrückter. Das war Ash. Das muss Ash gewesen sein. Ja, das muss sie gewesen sein. War ne Frau. Du bist ganz voll im Cockpit, David, ne? Genau, hier da. Ne, da rechts war das Schild. Das Schild war auch noch. Oh, David. Oh. Oh. Der letzte war auch noch bei David. Ja, ich seh's gerade. Fuck, fuck, fuck. Es sind noch zwei. Guck, guck, miso. Nice. War da im Raum, oder was? Schön. Hier waren alle die im Konferenzraum drin. Lumpis. Was ist jetzt? Ach, ja. Ja, gut gemacht. Oh mein Gott. Oh Gott, ey. Wie wird man eigentlich Platin? Ja, guck mal. Das siehst du. 0,5,3. Ich hab nur Assists gemacht die ganze Zeit. Oh, ich bin Gold 1 geworden. Yes. Boah, was ist denn jetzt passiert? High rank. Hecker. Hecker. Gold. Yay. Oh mein Gott, das war richtig. So viel ist das an. soir. They're also gonna Ameriデュー. Oh mein Gott, das war ganz schnell. Ze will es nur noch ice. geschafft. So, es sich nicht beim AmeriD слuch burning. Dann assim kennenzulich. Das war möchte ich nicht sodium mit dem dassel Vamos. Was mir ist super als einucharist. den media wichtig gesperten. Und jetzt.